Susi, Susi und Susi. Was hast du gesagt, Schatzi? Alle guten Fingern sind drei. Susi, Susi und Susi. Und ich habe erst eine Susi und suche noch zwei weitere Susis. Ich suche gar keine Susis mehr. Ich bin mit dir voll überfordert. Das muss ich ehrlich sagen. Los geht's, komm, Schatzi. Das ist jetzt wirklich schon Endspurt. Da merkt man schon. Die Konzentration auf die Bahn, auf die Parkbahn. Voll geile Grafik. Ich muss echt sagen, wir haben mein erstes Computerspielen und das war schon vor 30 Jahren. Wo geht die Reise hin? Bergauf und bergauf? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgend so was, wo du wahrscheinlich schauen, ob du nüchtern bist. Also man sieht Muskelaufbau. Ich bin gespannt. Schatzi, für welchen Muskel machst du die Übung jetzt überhaupt? Für den Leisekant. Weiß ich gar nicht. Aber ich habe keinen Bauch. Für den Bauch? Ja, super. Ja, richtig. Aber du hast die Schultern trotzdem... Du rollst dich ein wie eine kleine Schildkröte. Schultern zurück, Schatzi. Muskelaufbau. Brust raus, Bauch rein. Oder ist er schon drinnen? Der Bauch ist schon drinnen. Also ausnahmsweise darfst du halt ein bisschen herumschreien, weil das Fitnessstudio ist schon leer. Jawohl. Wie viel hast du jetzt noch? Wie viel hast du jetzt noch, Schatzi? Ich habe noch drei. Ja. Und je zehn Sätze. Hättest du vorher nicht so gedrödelt, warst du jetzt auch schon fertig so wie ich? Ja, aber ich meine, dann wären sie nicht so reingegangen. Wow, Schatz. Wahnsinn, das bist du narrig. Weißt du, an was mich das erinnert? Nein. An einem Popeye. Ja, mich auch. Nur, dass du weniger Spinat isst. Ja. Und viel mehr Burger und Pommes und Schnitzel. Aber willst du im Steak gerne mit einem Blatt Spinat und Pommes? Ja. Nein, das ist voll okay. Ich habe ein gutes Gefühl. Der Steak ist ja volle, volle Fitnessernährung, muss man sagen. Ja, wow. Ohne Kohlenhydrate geht nichts. Nein. Also so gesehen kann man sich wirklich... So gesehen kann man sich alles schön rennen, Schatzi. Los geht's. Schon wieder die gleiche Bahn. Bist du schon wieder bergauf gegangen? Ja, da kann ich mich schon ausprobieren fahren. Ja, nur ich glaube du bist ein bisschen besoffen, weil du hast auch Kugel übersehen gerade. Stimmt. Ah ja. Deswegen darf man auch betrunken nicht Auto fahren. Ja. Oh. Komm Schatzi. Du schaffst das. Du musst jetzt allen Zuschauern in dem Live Video zeigen, wie motiviert du bist. Oh oh. Oh oh. Ja, ist ein Live Video. Oh oh. Es schauen 124 Personen zu. Oh oh. Hallo. Wie der Walter Temmer. Schatzi schreibt gerade wer du bist. So hübsch. Und ihr könnt mir leider keine Frage stellen. Aber ich glaube die man mich... Und ihr könnt mir leider keine Frage stellen. Walter schaut ziemlich demotiviert aus. Ich bin auch demotiviert. Schatzi. Schau mal motivierter. Ja. Das einzige was mich motiviert ist, du hast gleich vorbei ist. Das ist meine größte Motivation. Ihr könnt mir keine Frage stellen, weil ich kann sie nicht lesen, weil ich muss mich auf die Fahrbahn konzentrieren. Ja, aber ich soll da gerade was ausrichten. Du hast eine gute Wahl bei den Fliesen getroffen. Soll ich da ausrichten. Danke. Bei welchen Fliesen? Ja, für meine neue Wohnung, die ich mit meinen Geliebten habe. Ja. Oh oh. So wahrscheinlich ist sie geschrieben. Die mag uns in Beziehung zu fahren. Also wenn das sie geschrieben hat, dann ist es ein Typ und dann herzliches Beileid. Ja, leider. Schlimm ist das. Ja. Das ist ganz normal. Soll ich mir jetzt Sorgen machen? Nein, bei mir überhaupt keine Sorgen machen. Weil was hast du am Anfang gesagt, Schatzi? Das war ganz lieb. Alle guten Dinge sind drei? Ja, die besten Dinge in meinem Leben sind Susi, Susi und noch einmal Susi. So, jetzt muss ich wirklich einmal sagen, dass wir echt da allein sind. Die Einzigen motiviert uns so spät, gell? Wir zwei. Ich und mein Schatz. Jawoll. Alle anderen sitzen schon mit Nachos vom Fernseher während wir schwitzen. Ja, und lieber Dani, wir fahren gemeinsam mit welchen Autos sind wir heute da? Mit dem GTA sind wir da. Tatsächlich mit einem Auto. Der Umweltschulele. Boah, da schreibt eine Hallo, ihr geilen Säue. Das habe ich auch noch nie gehört. Ist das wirklich Plural von Sau? Das ist wirklich Plural, ja. Säue? Ja, ich sage das nicht. Ich sage immer, du geile Sau. Heißt das nicht Sauen oder so? Für mich gibt es ja nur eine geile Sau, Susi, und das bist du. Oh. Dadurch gibt es ja für mich kein Plural. Geile Sau ist immer Singular. Schatzi, wie dir immer sowas einfällt, das ist unglaublich. Dafür liebe ich dich. Also im Schleimann bin ich die Nummer eins. Ja, dafür liebe ich dich. Dass du immer sagst, was Frauen hören wollen. Oder was ich hören will, sagen wir so. Nur wenn ich das Anderen sag, was Frauen hören wollen, dann bist du wieder angefressen. Ja, das ist. So. Aber Schatzi, du musst dich echt mehr ein bisschen auf die Strecke konzentrieren. Ja, es ist eine schwierige Strecke, wie du siehst. So abwechslungsreich, da kann man sich fast nicht konzentrieren auf den Muskelauspaar. Ja, wow. Das ist wirklich anstrengend. Also so, ich bin jetzt heute. Wunderschön. Tu dich nicht so weit zurück, tu dir bis sofort die Ellbogen. Du fährst mit den Ellbogen so weit hinterher. Das ist schon vorbei. Ist schon vorbei. Die letzte, die letzte, die letzte. Die letzte, die letzte. Waren das jetzt nicht vier? Ja, Schatzi. Schatzi, auf ein Live-Video darf man nicht perverse Sachen sagen. Ja, ich meine, du spürst die Tür vom Schlafzimmer zu und ich war 30 Minuten. Das sind unsere Doktorspiele. Das sind unsere Doktorspiele. Das sind unsere Doktorspiele. Das sind unsere Doktorspiele. Doktorspiele sahen sowas. Ich bin im Schlafzimmer, spür die Tür zu und lass einmal draußen warten. Eine halbe Stunde. Ja, im Warteraum. Das sind unsere Doktorspiele. Ich weiß nicht, wie manche Leute Geld macht. Komische Menschen gibt es, gell? Ja, du kannst währenddessen draußen fernschauen oder so. Alleine. Bin richtig ein bisschen zu schlau? Ja. Es ist etwa schon dreimal gebraucht. Obwohl man sich wirklich extrem anstellt. Schatzi, Schultern zurück. So? Ja, genau. Bauch rein, Brust raus, Schultern zurück. Geht, schau. Gehen wir. Ist das Bauch hier drinnen? Ja, nein, muss ich einziehen? Warte mal. Muss ich einziehen? Du musst das Live-Vorteile aufrichten. Ja, einziehen. Bauch musst du immer einziehen beim Trainieren. Echt? Ja. Deswegen trainiert man, wenn man dann aufhört zu trainieren, dann einziehen muss. Ja, aber wenn du bei jeder Übung einziehst, dann hast du automatisch im Bauch mit trainiert. Bei jeder Übung. Und dann habe ich es hinter mir. Schatzi, es fragt, wie viel du drückst beim Bankdrücken. Hast du jemals schon Bankdrücken gemacht? Ich habe noch nie, also das kann ich gar nicht sagen. Na doch, zu Hause hast du das früher gemacht. Ich mag eher hydraulische Übungen. Ja, hydraulische Übungen. So vollautomatisch, weißt du das? So Pensionistenübungen, wo man sich nicht wehtun kann. Am liebsten werden wir sogar, wenn jemand anderes drückt. Fertig! Fertig! Schau, der hat sich gerade verraten, der das heute verraten hat von seinen Arbeitskollegen, die immer zuschauen beim Sonnenbaden. Der hat gerade geschrieben, sorry nochmal für meinen Arbeitskollegen. Aber gut. Das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Schaut her, wenn du Schirch wärst, dann würde niemand von den Arbeitskollegen schauen. Ja, eh schau. Dadurch, dass alle hier beim Schwimmen zuschauen, heißen wir das schöne Maß. Liebe Burschen, ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben. Wir fühlen uns geschmeichelt. Wir fühlen uns geschmeichelt. Also ich fühlen mir geschmeichelt. Wir fühlen uns geschmeichelt. Ja, ich fühlen mir auch geschmeichelt. Aber schön. Das ist ja für mich die Bestätigung von anderen Männern, dass ich echt geile Säue aufgerissen habe. Ich sehe gut so, dass du das so siehst. Das passt nicht. Ich sehe es ja auch so. Und dadurch, dass du nur dich sehen, wissen sie das geile Säue für mich. Dann gibt es ja, dass du die einzige geile Säue, die einzige Formel im Leben bist. Ja, wenn eine andere da liegen würden, würden sie sicher nicht so schauen. Jetzt ist aber genug Schleim. Schau, jetzt ist der Beweis da, dass du echt immer das sagst, was ich hören will. Ich höre immer das, was ich hören will. Die Chefin. Nein, aber meinst du es ernst oder meinst du es nicht ernst? Du bist die Chefin, Schatzi, da gibt es gar keinen Zweifel. Das stimmt. Und ich meine es immer ernst. Und auch wenn ich es nicht ernst meine, dann würde ich es mir nicht sagen, dass ich es nicht ernst meine. Also ich meine es immer ernst. Schau, gut erzogen mein Schatzi. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja, das weiß ich. Aber es ist immer schön, wenn du sagst, du drückst das sehr gut aus. Schau los. Los geht's. So. Wir beenden jetzt das Live-Video. Nein, zuerst müssen wir noch was machen. Das kommt noch auf das Live-Video rauf. Ups, jetzt habe ich ein bisschen verwackelt. Der Spiel ist super toll. Weißt du, warum das Spiel schmeißt? Schatzi, du musst da herreden, sonst hört dich keiner. Weißt du, warum das Spiel so einfach gemacht hat? Mit den Bälle einschmeißen? Weißt du, warum das so ein einfaches Spiel ist? Warum? Dass du Bodybuilder spielen können. Schatzi, das ist echt ein doofes Klischee. Das stimmt einmal gar nicht, dass alle Bodybuilder doof sind. Das stimmt nämlich nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt nicht so. Das stimmt überhaupt nicht. Ich darf jetzt bei den Frauen einschreiben machen. Und ich wollte noch einmal festhalten. Das sind die Ergebnisse. Da war es schon voll. Da haben die Frauen geführt. Da haben auch die Frauen geführt. Und da haben auch wieder die Frauen geführt. Und jetzt führen auch wieder die Frauen. Ja? So ist das. Da sieht man einmal, wer fleißiger ist beim Trainieren. Baba! Komm, Schatzi. Ja, warte. Zu spät. Zu spät. Oh, oh. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. So wie immer. Jetzt geht gleich der Alarm. Schatzi, warum gehst du nicht da rein? Nur so eine Frage. Warum soll das nicht mehr gehen? Ich schau, ob das jetzt geht. Warte. Jetzt wieder Ende, Schatzi. Schau, es geht. Du bist so ein Monk. Man kann ja auch zweimal am Tag trainieren gehen. Oh, oh. Jetzt ist er verschollen. Jetzt ist er verschollen. Video ausschalten. Video ausschalten. Video ausschalten. Video ausschalten. Video ausschalten. Der Walter ist schüchtern. Der Walter ist schüchtern. Alles klar. Auf Wiedersehen, Städter. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer. Baba und Tschüss.